Im Namen Gottes, Gott, der dich ins Leben gerufen hat und dich mit seinem Schutz umgibt. Jesus Christus, der sich für dich hingegeben hat und dir nahe ist in seinem Wort. Heiliger Geist, der in dir wirkt, damit du bleibst, was du bist, Kind Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Andacht. Wir sind ja dabei, die Zahl 7 in der Bibel zu ergründen. Und das wollen wir auch heute tun mit einem überaus interessanten biblischen Text aus dem fünften Buch Mose. Es ist etwas, was man unter dem Vermächtnis von Mose verstehen kann. Und darin begegnet uns auch Gott und die Art und Weise, wie Gott uns Menschen zur Seite stehen will. Und das finde ich auch im Psalm 139 wieder. In einer Übersetzung von Eugen Eckert möchte ich nun Folgendes beten. Ob ich sitze oder stehe, ob ich liege oder gehe, bist du Gott, bist du Gott bei mir. Ob ich schlafe oder wache, ob ich weine oder lache, bleibst du Gott, bleibst du Gott bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dass ich wachse, blühe, reife, dass ich lerne und begreife, bist du Gott, bist du Gott bei mir. Dass ich finde, wenn ich suche, dass ich segne, nicht verfluche, bleibst du Gott, bleibst du Gott bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wo ich sitze oder stehe, wo ich liege oder gehe, bist du Gott, bist du Gott bei mir. Dass ich dein bin, nicht verderbe, ob ich lebe oder sterbe, bleibst du Gott, bleibst du Gott bei mir. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alle sieben Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So aber sollst zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder oder seiner Schwester. Denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erden geben wird. Wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehörst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat. Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, dass der Herr, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, weil er so viel Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst. Es naht das siebte Jahr, das Erlassjahr. Und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, sonst wird er gegen dich zu dem Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht vertriesen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen, in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Es werden allezeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deiner Schwester, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Amen. Wo ein Mensch verdammt lebt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Wegen, der aus wüsten Gärtenmacht. Wo ein Mensch den anderen zieht, nicht nur durch uns deine Welt, fällt ein Tropfen von dem Wegen, der aus wüsten Gärtenmacht. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den Wörtern nicht verlässt, fällt ein Tropfen von dem Wegen, der aus wüsten Gärtenmacht. Ja, eine wunderbare Stelle. Ich sagte ja eingangs sogar revolutionäre Gedanken. Und das im Zusammenhang des Vermächtnisses des Mose. Im fünften Buch Mose kommen wir nämlich dem altgewordenen Mose ganz, ganz nah. Und so ist es ihm besonders wichtig, am Ende seines Lebens den Menschen, mit denen er so unendlich verbunden ist, das mitzugeben, was er von Gott erhalten hat. Und dieses Testament des Mose gipfelt zum Beispiel in unserem heutigen Text in dieser Erfindung des Erlassjahres. Es kommt aus der Landwirtschaft dieser Gedanke, dass nach sechs Jahren ein Acker, ein Feld brachliegen soll, damit sich der Boden entsprechend erholen kann, sozusagen neue Kraft schöpfen kann und dann in einem nächsten Jahr wieder bereit sein kann, um gute Ernte einzubringen. Und dieser Gedanke gipfelt wiederum in der Schöpfungserzählung. Wir erinnern uns, in sieben Tagen hat Gott die Welt geschaffen, ganz konkret an sechs Tagen. Und am siebten Tag hat er etwas Wunderbares getan. Er hat den Sabbat erfunden. Den siebten Tag zum Ausruhen, zum Kraft schöpfen, zum Innehalten. Eben ganz ähnlich, wie ein Feld, ein Acker wieder ausruhen darf, um dann wieder neue Ernte bringen zu können. Und das wird jetzt wiederum im Vermächtnis des Mose weitergedacht. Denn, wir haben es eben gegen Ende dieses Abschnittes gehört, hier wird ganz realistisch darauf geschaut, dass es immer wieder Arbeit geben wird. Arme Menschen, die in einer Gemeinschaft leben. Dieses Urproblem wird sich wahrscheinlich nicht so schnell lösen lassen. Da schaut die Bibel ganz realistisch drauf. Und auch Mose sieht es. Wir sind ja noch an dem Punkt, dass Mose weiß, er wird nicht in das neue Land ziehen, in dem dann endlich das Volk Israel sesshaft werden darf. Aber er darf ja schon einmal hineinschauen. Und vor allen Dingen darf er diese guten Gedanken den Menschen seines Volkes hinterlassen und ihnen diese Ideen mitgeben, damit sie in einem guten Sinne eine Gesellschaft aufbauen können, in dem Land, das ich, so spricht der Herr, dir geben werde. Und diese wunderbare Errungenschaft des Erlassjahres, die gehört dazu. Was meint es konkret? Eben auch Menschen, die eine Schuld haben, und zwar tatsächlich im materiellen Sinne, einem anderen Menschen vieles schulden. Und um diese Schuld abzutragen, sind die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichend, sodass dann die Menschen sich und ihre Arbeitskraft ganz in den Dienst dieses anderen Menschen stellen. Also die Schuld wird abgetragen. Und manchmal war es so, dass nicht nur die eigene Arbeitskraft zur Verfügung gestellt wurde, sondern die ganze Familie und wenn man etwas Wohlhabender war, auch die Arbeitskraft von Knechten und Mägden, die dazugehören. Und das tat man dann sechs Jahre. Und dann konnte es doch sein, dass immer noch eine Restschuld blieb, obwohl alle ganz fleißig mal Lucht haben. Und nun die Erfindung des Erlassjahres. Im siebenten Jahr soll alle Schuld erlassen werden. Erlassjahr. Und so kann ein Mensch wieder aus einer wirtschaftlichen Not befreit werden, kann ein Neues beginnen, kann wieder mit seiner Arbeitskraft für sich und die eigene Familie das Lebensnotwendige erwirtschaften. Eine wunderbare Erfindung dieses Erlassjahr. Und wir merken so realistisch der Gedanke schon damals, vor rund 3.000 Jahren in der Zeit Mose war, dass wir es wahrscheinlich nicht so schnell schaffen, Armut ganz auszumerzen unter uns. So ist es auch mit uns heute. Denn diese Herausforderung kennen wir bis heute. Und sie ist sogar sprichwörtlich geworden. Es gibt die Kampagne Erlassjahr 2000. Sie ist in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden und vor allen Dingen aus den Kirchen heraus entstanden, dass der Gedanke unserer heutigen Bibelstelle auch ganz konkret in der politischen Situation des letzten Jahrhunderts, in den letzten Jahren des letzten Jahrhunderts umgesetzt werden sollten. In politische Forderungen. Denn wenn man weltweit schaut, kann man auch entdecken, arme Länder, arme Staaten gibt es bis heute. Und die sind oft deshalb wirtschaftlich am Ende, weil sie einen immensen Schuldendienst zu bedienen haben. Und deshalb diese Aktion, wie gesagt, vor allen Dingen aus den kirchlichen Bereichen gestützt, hilft diesen Staaten und den Menschen vor Ort, aus der großen Schuldenlast herauszukommen, erlasst ihnen die Schulden. Und dann werden mit den frei werdenden Geldern wieder Projekte gefördert, die nicht in Korruption natürlich einmünden dürfen oder für militärische Leistungen benutzt werden dürfen, sondern für ganz konkrete Projekte, die die Armut bekämpfen helfen. Nämlich zu investieren in Bildung, zu investieren in das Gesundheitssystem, zu investieren, dass Menschen kleine Kredite vermittelt bekommen, um sich eine eigene Existenz aufzubauen. Die Alassia-Kampagne 2000 zielte darauf, dass in 2000 dieses Ziel weltweit erreicht werden konnte. Es war leider nicht so. Und jetzt gibt es die Nachfolgekampagne Alassia.de. Googeln Sie das mal nach. Über 850 deutschsprachige Organisationen, darunter unsere Kirchen, unsere Gemeinden, eine Weltläden, unterstützen dieses so wichtige Projekt, dass es weltweit gesehen den Menschen, die in bitterster Armut leben, endlich besser werden kann. Genau mit einer politischen Forderung, gerade an die G20-Staaten, ganz aktuell, jetzt auch im Juli, den Menschen vor Ort in zum Beispiel südlichen Ländern die große Schuldenlast zu erlassen, damit sie überhaupt einen neuen Anfang wagen können. Ein altes biblisches Wort zur Zahl 7, das Alassia, das bis heute hochaktuell ist. Und dahinter steckt unsere jüdische, christliche Haltung. Es geht um Wahrnehmung. Es geht darum, wie es auch Mose den Menschen damals ans Herz legen wollte, den Nächsten die Nächste nicht aus den Augen zu verlieren. Aufmerksam auch für das Schicksal anderer Menschen zu sein und ihnen ganz konkret aus ihrer Notlage zu helfen. Das ist Nächstenliebe. Das ist das höchste Gebot. Gott zu lieben wie dein Mitmenschen, wie dich selbst. Amen. Gott zu lieben wie dein Mitmenschen, wie dich selbst. So möchte ich mit den Worten beten, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Um Gottes Segen leite sie, geleite euch. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Geh unter der Gnade, höre auf Gottes Worte, bleib in seiner Naum, Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Geh unter der Gnade, glaube nun. Geh unter der Gnade, glaube nun. Gute Wünsche, gute Gnade, wollen wir Begleiter sein, Doch die besten Wünsche nümmern alle in den Einen ein. Geh unter den Gnaden, geh mit Gottes Segen, geh in den Tag der Frieden, was auch immer du tust. Geh unter den Gnaden, geh mit Gottes Segen, geh mit Gottes Segen, geh mit Gottes Segen, auf Gottes Segen.